Guuuude an alle da draußen, ja und danke für das supertolle neue Video eingeschaltet habt, es ist wieder Terraria 1.2 in Farbe und bunt. Diesmal mit einer PvP Map und wir sind hier drei fleißige Bienchen im roten Team und auf der anderen Seite, was ihr jetzt nicht seht, ist das Gegnerteam auch mit drei fleißigen Bienchen. Jede Bienchen hat auch eine eigene Klasse, zum Beispiel ich habe eine hier mit einer B-Gun und so weiter, ja. Und jeder hat eine goldene Pickaxe und das Ziel der Ronnen ist es hier unten, diesen roten Ball, eher gesagt, den müssen wir beschützen, das ist unsere Base. Also wenn die Gegner kommen und den komplett abbauen, haben wir verloren und wir müssen natürlich auf der anderen Seite ihren Ball abbauen. Gut, dann schreibe ich jetzt gleich los und dann fängt das an. So, wartet mal Jutz hier, alles starten, alles gut machen. Dann fangen wir mal an. Los. Los. Let's go, man. Weil manche haben Stiefel, manche haben Nahkampf, also ein Nahkampf, einer ist Magie und der andere, also ich bin, glaube ich, ihr Fernkampf, das weiß oder nicht, ich bin, glaube ich, sogar Magie. Alter, ich rutsche hier los. Ja, los, Leute, ihr müsst jetzt schnell, schnell dahin, wo wir hin müssen. Nein. Ja, sterb einfach, genau. Scheiße. Nein, jetzt werden wir hier gespawnt. Ah, ich hab mich nicht bei dem netten Dings spawnen lassen. Bei einem netten Bett hab ich mich nicht safe point gesetzt. Egal, jetzt ist er gesetzt, ab geht die Power. Nein, schnell. Alter, jetzt geh kaputt, Mann. Okay, der ist, der ist tot. Los, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ah, fuck. Nein, 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 nein. Der hat einen Beekeeper. Der hat einen Beekeeper. Nein. Scheiße. Alter. Komm, 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 lauf, lauf, du langsame Biene. Aufs geht's hier. Hoffen, dass jetzt auch alles funktioniert, weil die Trados-Montan so ein bisschen am abfacken. Wir müssen also dieses Ding kaputt machen. Was natürlich wunderbar funktioniert. Sind die doof? Ich bin... Ach, das ist mein Gegner. Ach, das ist mein Freund. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Muss abbauen, 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 abbauen. Los, Dennis. Dennis, mach. Er darf uns nicht näher kommen. Wir müssen das Ding abbauen, dann haben wir gewonnen. Helft doch mal. Ja, die nächsten Aufnahmen werden auch mit Tests und so weiter sein, aber das ist ja jetzt nur eine Vorführung, damit ihr das mal seht. Ah, ah, fuck. 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 Go, go, Team. Ja, Dennis, schnell, schnell, schnell. Und... Bällige Biene-Attacke. Naja, ich hab keine andere Waffe. Ey, er hat doch eine Goldspieler, glaube ich. Was wollt ihr? Scheiße. Ja, Fab, mach doch mal was, Fabian. Mach mal, kill den mal. So, die kriegen jetzt ordentlich Beef da oben rein. Unsere Magie ist einfach nur so schnell, wie ihr merkt. Aber hier kurz baden gehen, damit wir den Skill kriegen, dass wir länger überleben. Jetzt komm. Ach, jetzt komm doch. Schneller. So. Biene-Attacke. Boah, also die Magic ist schon nicht schlecht, aber dafür kann man halt nur selten angreifen. So. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, okay, wir haben verstanden, dass du voll gut bist. Wenn immer du bist... Ach, Lord of Darkness ist das? Ja, Dennis, helf mir mal, helf mir mal. Wenn die mich nur hören würden, aber nachher seht ihr das ja im Video. Ist ja kein Ding. Wir haben das schon fast kaputt. Oh, oh. Oh. Go, 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 go. Bänchen, jetzt greift die nochmal an. Oh, scheiße. Okay. Fapp weiter. Dennis muss unsere Base am besten begutachten hier. Wir haben es gleich geschafft, wenn das so weitergeht. Bam, 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 bam. Komm, weiter, 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 weiter. Also irgendwie gut verteidigen tun wir irgendwie nicht, gell? What the fuck? Was war das? Ja, komm. Schneller, Fabian. Fabian, schneller, schneller, schneller. Komm, wir müssen das Ding kaputt gehen. Fuck. Nein. Los, ihr Bienchen. Tötet sie, tötet sie, tötet sie. Warum Cheater? Er ist gestorben. Oh, nein. Ey, wegen dem blöden Beekeeper. Deswegen laufe ich auch falsch rum. Jetzt kapier ich das auch. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Nein, die haben das auch schon gut abgebaut. Naja, so halbwegs. So halbwegs. Und der billige Magician geht auch ab. Mann, wo cheatet der denn? Er hat nicht gecheatet. Oh, nein. Ja. Och, wieder diese Fragezeichen. Kack hier. Warum cheatet der denn? Stand 0 HP und er ist wunderbar normal gestorben. Er hat auch 100 HP. Ich habe 140, aber ich bin ja auch ein armer Magician. Oh, nein. Nein. Komm, bau ab. Bau ab. Bau ab. Bau ab. Nein. Haben sie gleich. Und wenn ihr auch mal den Projekt mitmachen wollt, schreibt es immer in die Kommentare und auch eure Gedanken über dieses Projekt, schreibt es mal in die Kommentare. Ob ihr davon mehr sehen wollt, ob ihr sagt, nee, soll ich voll scheiße. Ja, Dennis, dann passt auch mal auf, ey. Ja, die hocken jetzt da alle. Guck mal. Ja, der Magician, auf den muss ich ein bisschen acht geben, muss ich sagen. Der zockt schon. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, welche meine sind und welche seine sind. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Bienen, greif doch mal an. Also meine Mini-Bienchen. Nein. Fuck. Komm, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Flieg doch mal schneller, ey. Jetzt auf einmal, guck mal, wie's abgeht. Ich will langsam. Oh, 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 wow, 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 wow. Ganz ruhig, ganz ruhig, mein Großer, ganz ruhig. Ich hoffe, du stirbst. Ja, der ist jetzt gestorben, na wunderbar. Also Beekeeper geht mir echt auf die Eier. Jetzt Lot Puzzle hier, Lot Puzzle. Der jetzt hoffentlich nichts kaputt macht, weil wir hier grad behäftigst am fighten sind. Fuck. Komm, 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 komm. Hi. Gerade geht nicht. Warte einfach. Fuck. Du Drecksack. Du mal deiner blöden... Ja, dankeschön. So hast du es verdient, ey. Da, da. Geh da hin. Nein. Och, Mann. Los, Bienen. Bienen, tötet ihn, bitte. Danke. Nein, jetzt kommt der Typ. Komm, die letzten Papp. Komm. Nein. Ja, ey, Papp und Dennis, die gehen die ganze Zeit nur... Ach, Dennis verteidigt. Ja, sehr gut, Dennis, sehr gut. Und Fabian kommt. Ne, Papp, gekippt. Fuck. Egal, ich bin wieder da. Nein, nein. Komm, 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 komm. Ja, ich hab grad mein Mauszeiger da. Ach, Mauszeiger, du gehst mir so auf die Eier. Na ja, wohl. Obwohl. Wir haben sie gleich. Wir haben sie gleich. So. Komm, 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 komm. Komm. Schieß auf sie, schieß auf sie, schieß auf sie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ja. Ja, Papp, schnell, 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 Papp. Papp, Papp, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Gewonnen. Yeah. Vielleicht hier noch umgebracht. Ey, hier kleinen Drecksäcke. Basti, was los? Gut, ich wollte eine Stelle sagen, wenn euch das Video gefallen hat, einen schönen dicken Daumen nach oben und ganz wichtig, schön kommentieren. Ja, ja, das war jetzt eine ziemliche spontane Aufnahme. Ich hab euch einfach mal jetzt versucht zu zeigen, um was es in diesem Modus geht. Und, äh, alles, eure Gedanken, was ihr macht, alles mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Oh nein, jetzt sind die alle natürlich gestorben, sehr gut. Also, würde ich sagen, haut rein. Und bis zum nächsten Part, euer Kondomon. So, äh, brr. Shall we play a game? Euer Kondomon. Ich bin das für heute.